Am Sonntag. Ein Fall für Simone Tommerler. Die letzte Single-Party einer attraktiven Frau. Sie wollte also jemanden kennenlernen? Ja, klar. ORF Premiere. Mama hat alles getan, damit die Männer auf sie fliegen. Hatten Sie ein Verhältnis mit ihr? Ich kenne dich. Ich kenne deine Vorlieben. Ich hab damit nichts zu tun. Warum sind Sie denn so nervös? Tatort Leipzig. Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2.